Hallo zur 17. Folge der Let's Play Serie. Ich habe mir gerade mal wieder noch, eigentlich mache ich das jedes Mal zwischendurch, Gedanken gemacht, wie ich hier am besten momentan vorwärts kommen kann. Ich denke aktuell das meiste, was mich hier limitiert, um da weiter alle möglichen Dinge zu bauen, die mich weiterbringen bei Terraforming insgesamt und im Detail eben vor allem bei Druck und Wärme. Das sind einfach die Legierungen. Hatte ich zuletzt ja schon geguckt. Ich habe hier noch elf Legierungen. Das ist ganz schön, aber vieles ist es halt eben nicht. Bis ich Extraktoren für die Legierungen bauen kann, wird es schon noch ein bisschen dauern. Hatte ja gesehen, dafür brauche ich T2-Extraktoren und jetzt ist das zwar hier alles schon ein bisschen besser geworden, Erz-Extraktor T2-364. Ja, wir sind inzwischen hier gut hochgekommen, aber ich denke für den Luftdruck muss ich eben mit Masse was tun, weil wenn ich denn eben da den Extraktor habe, dann werden viele Sachen viel einfacher gehen. Ich habe zuletzt ja auch hier den Bohrer T4 freigeschaltet. Wenn man das mal eben vergleicht mit den letzten Bohrern, hier habe ich 459 als Basiswert. Hier sind es halt gerade mal 17 unten in Luftdruck. Und man sollte bedenken, ich habe inzwischen ja drei Raketen hochgeschickt, sprich wir sind bei plus, also beim 30-fachen des Wertes, will heißen die 460 mal 30. Also da kommen schon enorme Werte dazu, zu dem, was eben hier pro Runde auftaucht. Das macht definitiv Sinn. Einziges Problem, er ist wirklich sehr teuer. Wir brauchen sechs Legierungen, das ist schon enorm. Aber gut, wie gesagt, ich habe ja 11 noch am Lager. Aber ich würde meinen, das ist es mir durchaus wert, weil auch der Werbebeitrag, den ich da bekomme, die 25, das ist fast so viel, wie hier so ein T3-Heizer liefert. Naja, mal sehen. Irgendwann haben wir wahrscheinlich auch die nächsten Heizer, aber eins nach dem anderen. Also einen werde ich mal dafür spendieren. Drei Ostmillion kann ich mir auch leisten. Das ist mein erstes Bauprojekt, was kurzfristig folgen wird. Ich habe mir überlegt, auch noch einen Erz-Extraktor, noch einen weiteren bei Aluminium hinzustellen. Und ich würde denken, mit dem dort vorhandenen und diesem Erz-Extraktor sollte ich eigentlich ausreichend Rohstoffe bekommen, Aluminium und eben auch der ganze kleine normale Rest, um dort an der Stelle dann eben aus diesen Rohstoffen ab und an mal die eine oder andere Superlegierung rauszubekommen. Das dürfte längerfristig eigentlich auch was bringen. Ich habe ja da auch schon so einen Shelter daneben stehen, den werde ich vielleicht um einen erweitern und dann hier auch noch eben so eine Herstellungsstation dort bauen. Das wird die zweite Geschichte sein, die ich machen möchte. Und dann hatte ich zuletzt ja auch den Blumenstreuer erforscht. Und nun ja, der bringt Sauerstoff und Biomasse auch echt gute Beiträge. 33 haben wir ja hier als Basiswert. Eine Rakete ist schon in der Luft, sprich wir würden hier 330 etwa dazu bekommen. Ist also auch eine enorme Steigerung zu dem momentanen Wert. Das Problem auch hier ist dann natürlich die zwei Legierungen. Aber wenn wir mal schauen, ich habe hier eben zwei Legierungen, die dort reingehen werden. In den Extraktor geht halt auch eine rein. Bei dem Aluminium sind wir bei drei. Und mit den sechsten hier, dann haben wir neun Legierungen weg. Und ich denke, dass die drei Sachen, das lohnt dann eben unterm Strich schon. Das werde ich mal angehen. Vor allem, wenn dann auch hier der Aluminium-Extraktor der zweite läuft. Ich glaube, dann kommt hier und da auch ein bisschen was zusammen. Ich muss halt dann öfter hingehen und hoffen, dass die Rohstoffe insgesamt so fallen, wie ich das brauche. Aber da habe ich eigentlich ganz gute Hoffnung. Also der Reihe nach. Fangen wir mal vielleicht eben an hier mit dem Bohrer. Das ist am schnellsten gemacht. Den werde ich ja auch nicht bei mir zu Hause hinsetzen. Also hier vor die Base. Der kann vielleicht ein Stück weiter weg, sagen wir mal, ins Iridium-Cave. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, dann ist das an der Stelle durch. Wenn ich denn einmal unterwegs bin, nehmen wir doch gleich noch das auch für den Extraktor mit. Haben wir nochmal zwei Osmium und eben hier den Iridium-Stab. Und natürlich auch noch einen davon. So, Osmium geht auch bald aus. Aber da kann ich durchaus in der Welt noch einiges aufsammeln. Es ist ja, viele Tunnel sind inzwischen geschmolzen. Da kann ich definitiv einiges rausholen. Büsste halt nur mal dahin. Aber naja, eins nach dem anderen. So, dann brauche ich da hiervon natürlich auch noch Titan und Aluminium. Aber gut, das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Zumal Aluminium finde ich da auch vor Ort. Und Titan auch. Das muss ich nicht zwingend mitnehmen. Ich würde sagen, das machen wir erstmal. Und danach kümmern wir uns denn hier um den Blumenstreuer. Ich würde vielleicht vorher nochmal losziehen und Algen und Wasser einsammeln. Die sind bestimmt wieder voll. Nehmen wir mal hier zunächst mal drei Eisen raus. Die Idee war gewesen, hier noch einen Schrank. Da können die Algen rein, weil das wird hier sonst... Sonst funktioniert das auch nur schlecht. Na, komm her. Mit der Lagerung. Das hatte ich ja hier schon. Die war irgendwo hier mit dazwischen. Viele Algen habe ich ohnehin nicht. Aber komm mal ran hier. Habe ich hier noch irgendwo welche drin gehabt? Ne, war gar nicht so viel. Ich habe ein bisschen was an Wasser und zu essen da. Lass mal gerade nochmal wieder nach Wasser schauen. Das ist auch wieder voll. Irgendwie war ja auch nach der Gedanke, mal da auf den See einen Wassersammler zu setzen. Aber im Moment geht das eigentlich auch so noch ganz okay. Na ja, mal sehen. Wenn denn mehr Projekte wieder kommen, die Wasser brauchen. Und ich hatte ja mal so eine Phase, da habe ich einfach nicht genug gehabt. Wollen wir mal gucken. Aber Algen sieht es gerade gut aus. Die zwei Algen Stationen hier. Boah, der hat jetzt aber ja auch meine Güte. Das ist ja echt viel. Die werde ich eben dann auch brauchen für die diversen Projekte. Und öfter mal absammeln, macht einfach Sinn. Kann ja nachwachsen. Auch wenn ich es jetzt gerade nicht so dringend brauche. Es wird wieder kommen. So, haben wir hier. Naja, geht so. Diesmal ist der ein bisschen weniger. So, komm her. Ach, Inventar voll. Du erzählst mir hier Sachen. Na gut, komm her. Ja, irgendwie habe ich eigentlich auch Sauerstoff ein zu viel drin. Aber na gut, das ist jetzt mal egal. Gut, dann ist das jetzt mal so. Alles okay. Okay. Algen raus. Und hier rein. Das hat sich ja gelohnt. Okay, da wäre ich demnächst auch schöne Dicke bauen können. Aber eins nach dem anderen. Erstmal ein... Einmal Richtung Iridium Cave. Auf geht's. Weil diese riesen Dinger brauche ich jetzt nun wahrlich nicht. auch noch vor meiner Base rumstehen haben. Die vorherigen Versionen, die habe ich da hingepackt. Die werde ich dann sowieso so nach und nach abreißen. Von der Effektivität ist es halt dünn. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass bis zu T3 haben gerade auch die Bohrer wirklich nur Standardrohstoffe gebraucht. Wenn man das hier so sieht, das ist wirklich nicht schlimm. Das sieht jetzt anders aus. Aber ja, na gut. So, dann... Ups, kann ich gar nicht ran. Boah. Irgendein Dinger. Das brauche ich jetzt wirklich nicht vor der Base. Hübsch aussehen tut es ja schon. So, denn... Komm mal gerade her. Kurz Iridium ausladen. Ein bisschen Platz habe ich ja hier. Was sich hier so findet. Na ja. Ah, ist jetzt auch egal. Komm. Das andere ist woanders. Die Rohstoffe. Komm du mal ran hier. Geht erstmal wahrscheinlich in den Schrank. Ja. Iridium. Die anderen Dinge trage ich mal mit rum. Die ich da gerade so hatte. Okay. So, dann... Lass uns mal weiter fliegen. Es wird Nacht. Richtung Aluminium. Und dann mal sehen. Achso, naja. Das habe ich auch gar nicht geguckt, was ich für die Kraftstation brauche. Also diese Advanced, die da rein soll. Und eben natürlich auch den Anbau. den ich da habe. Das geht. Der braucht... Oh, der braucht allen möglichen Kram. Na gut. Alu werde ich da vor Ort finden. Naja, wahrscheinlich auch Silis. Ist ja... Da ist ja auch gerade aktuell noch ein voller Bohrer. Da hoffe ich mal, dass ich da auch noch was rauskriege. Sonst liegt ja hier auch noch ein bisschen was rum. Also das wird schon gehen. Komm mal her. Ja. Ja. Jetzt sind wir direkt voll hier. Der zweite muss nur nicht unbedingt... Achso, ja. Ich sagte gerade, wir sind voll. Mensch. Hör mir. Ich sollte mir öfter mal selbst zuhören. Ähm. So, na dann komm hier. Muss ja nicht tierisch weit weg sein. Die können auch gerne nebeneinander stehen. Ich glaube, das macht nicht wirklich einen Unterschied. So. Eisen für noch Schrank. Schrank, Kobalt. Allzu viel Kobalt ist nicht da. So. Gut. Dann komm mal ran hier. Ähm. Hm. Hm. Willst du nicht so? Denn die dürften alle leer sein. Weil es nicht sagt, dann mir das schon. Ähm. Eine war noch nicht... Die ist nicht leer. Genau. Okay. Also. Dann hier. Kommen Sie mal her. Hier. Ja. Habe ich denn hier das Zeug dabei? Ähm. Ha. Ein Magnesium fehlt. Ich ja auch ein Ding. Das haben wir aber in weiser Voraussicht hier schon mal eingelagert. Jetzt fehlt noch ein Aluminium. Das haben wir nicht da. Na gut. Denn. Sollen wir mal gucken. Das war das hier vielleicht rausholen. Gut. So. Allzu viel brauchen wir ja eigentlich hier auch nicht bauen. Komm hier. So. Hm. Falsch rum. Irgendwie sah das auch gerade ein kleines bisschen anders aus, als ich das erwartet hatte. Jetzt weiß ich auch warum. So sollte es sein. Okay. Denn. Vielleicht kann ich da noch hin. So. Passt. Wunderbar. So. Das heißt. Ja. Magnesium und Alu fehlen. Aber na gut. Das wird sich alles finden. Dann laden wir den ganzen Krams mal aus hier. Ganz schön viel Eisen habe ich diesmal. Nehmen wir mal ein bisschen Eisen wieder mit. So. Schrank, Schrank. Das sollte jetzt gehen. Dann können wir an unserer Hauptbasis vielleicht auch mal noch da ein bisschen was. So. Für Kleingram. So was kann ich denn da auch nochmal mitnehmen. So. Der Rest bleibt hier. Fehlt eh gerade mit Magnesium. Aber werden wir den schon hinkriegen. So. Heimwerbs. Das war das. Und jetzt kümmern wir uns mal noch um den Blumenstreuer. Ich gehe mal davon aus, dass der hier auf normales Land geht. Also in dem Fall nicht auf Wasser. Wäre sonst noch irgendwie etwas unerwartet. Nicht, dass es damit sicher ist, aber ich schaue mal mal. Ganz schön viel Kobalt hast du hier mal wieder gefunden, aber dafür waren dem anderen weniger, wo ich eben gewesen bin. Gut. Dann kommen wir rein hier. Und apropos Kobalt. Ja, den schleppe ich ja auch schon eine Weile sind los mit mir herum. So. Ich glaube bei den Dingen, die ich gerade so brauchte, war jetzt kein direkter Kobaltbedarf. Ich wollte hier. Da sollten hier noch zwei Schränke nebeneinander. Passt das so? Sieht ganz gut aus. Machen wir mal. Diverse. Ja, ja. Aber nicht so. Da könnten solche Dinge rein. Blümchen kommen in das andere. Alles klar. Dann. Haben wir hier jetzt mal wieder auszuladen. Pilze sind gleich auch wichtig wieder, glaube ich. Machen wir mal sehen. Und Aubergine. Ja. Haben wir die hier auch. Da wollen wir mal gucken. Also, wir brauchen ja für den Blumenstreuer zweimal Dünger. Nicht wahr? Genau. So, und Dünger war, ähm, ja. Viele spannende Dinge. Ich glaube, das war mit, ähm, Algen, Aubergine, Schwefel. Alles klar. Brauche ich noch Algen. Ja, das haben wir jetzt eigentlich alles hier. Sollte funktionieren. Schwefel, bitte. Einmal, zweimal. Und Aubergine. Eins, zwei. Oh. Vier insgesamt. Und dann brauchen wir natürlich auch Algen. Da haben wir gerade ganz ordentlich. So. Das sieht auch gut aus. Draußen regnet es schon wieder. Einmal, zweimal. So, das heißt, zwei Legierungen Wasser habe ich gerade da. Ähm, die muss ich dann jetzt mal wieder spendieren. So. Wenn ich jetzt rausgehe, muss ich doch eigentlich wieder nur den Mund nach oben recken. Sollte ich doch genug Wasser kriegen. Gut. Blümchenstreuer. Wo packen wir den denn mal hin? Das sieht doch bestimmt hübsch aus. Ähm. Ähm. Soll aber auch nicht mit zu nah an die anderen, natürlich. Mal gucken. Okay. Das ist jetzt nicht viel anders. Das ist hier eins, zwei, drei. Ja. Oder sagen hier. Von den hellblauen Tubes. Drei Stück im Gegensatz. Der hat zwei. Und ich glaube, der hat ein. Ob denn auch einfach nur grünes Gräs rauskommt. Naja, wir werden sehen. Okay. Das waren mal so die Dinge. Idealerweise würde ich vielleicht irgendwo dann auch mal noch einen Extraktor aufstellen beim, ähm. Beim Schwefel. Da reicht auch T1. Aber, naja, mal gucken. Äh. Im Moment habe ich ja eigentlich wirklich sehr reichlich Schwefel. Ähm. Insofern ist das mal noch nicht so ganz nötig. Algen sind hier wieder echt gut nachgewachsen. Bin ich bestimmt gleich wieder voll. Ich sehe das schon hier. Ja. Boah. Also manchmal ist es ja wirklich, ja. Das scheint nicht da in der Tafel. Ja, ja. Gut. Äh. Ich wollte ja sowieso was trinken. Alles klar. Ups. Das war mal wieder die falsche Taste. So. Gut. Eigentlich war auch noch so der Gedanke, vielleicht da noch ein, zwei Algenproduzierer, äh, auch noch zusätzlich zu nehmen. Aber mir scheint, was ich da momentan habe, das knallt mir die Lager schneller zu, als ich die Dinge verbrauchen kann. Ähm, so haben wir mal hier. Und dann würde ich jetzt hier natürlich auch nochmal was zu essen nehmen. Ja, passt. Okay. Gut. Sehr schön. Das ist doch ordentlich. Dann lass mal schauen, wie sich die Dinge hier so verändert haben. Ähm. Das sieht klasse aus. Das läuft richtig gut. Ja, ich denke, wir haben eine schöne Beschleunigung hingekriegt. Vor allem natürlich beim Luftdruck. Aber eben Luftdruck ist mir eben durchaus besonders wichtig gewesen. Deshalb habe ich da auch mal den D4er gesetzt. Weil Luftdruck heißt am Ziel dann den Erzextraktor. Erstmal werden wir noch Gas bekommen. Und, äh, klar, der Weg bis hierhin ist noch weit. Aber, naja, eins nach dem anderen. So ist es denn mal. Hier haben wir auch eine gute Geschichte gekriegt für die Biomasse. Tja. Naja, noch ein Blumenstreuer. Das wäre dann auch wieder gut für Sauerstoff und Biomasse. Sauerstoff 3016, PPQ. Die haben wir doch eben eigentlich schon gehabt. Ich habe doch da 325. Hm. Das hat sich irgendwie das hier... Ich dachte, das hatte ich vorher schon. Aber da habe ich mich denn sicherlich verguckt. Würde ich mal von ausgehen. Ähm, ich spendiere hier mal noch 2 und werde das mit dem Dünger dann nochmal angehen. Ähm, Biomasse ist nach wie vor hier eine gute Steigerung. Und der Sauerstoff ist dann auch 10%. Das werde ich mal noch machen. Aber ich glaube, ich habe noch 2 Legierungen. Und danach kann man dann wieder mal bei Aluminium gucken. Ja. So sieht es aus. Ähm. Hier kann nochmal... Wo war es denn da? Guck mal, ja. Den einen kann man mal hier noch reinstellen. Aha. Okay. Na ja, gut. So. Also, wir brauchen wieder Dünger. Ähm. Da brauchen wir dann wieder... Entsprechend 1, 2, 3... 1, 2, passt. Okay. Aubergine. Das reicht gar nicht. Ich habe nicht 4 Aubergine. Hm. Das ist aber schlecht. Ähm. Tja, ist wie es ist. Ähm. Die wachsen hier noch. Na gut, dann machen wir das anders. Warten wir das halt ab. Ist ja kein Problem. Nicht wirklich jedenfalls. Algen. Sehr gut. Kommst du mal hier rein. Die Sachen nehme ich mal mit. Magnesium hatte ich ja durchaus Mangel. An anderer Stelle. Vielleicht hilft das an der Stelle für ein paar mehr Legierung. Lasst doch mal schauen. Äh. Wie das so läuft. Auch wie schnell die voll werden. Da habe ich auch noch kein wirkliches Gefühl. Ähm. Auf geht's. Ich denke, das werden wir hier noch machen. Und dann könnte man eigentlich auch mal wieder gucken, ob wir nicht noch ein paar Raketen in die Luft bekommen. Na ja. Hat sich einiges angesammelt. Der steht ein kleines bisschen länger. Oh ja, gut. Aber. Mal sehen. Was wir hier so haben. Da fehlt Aluminium. Naja. So habe ich mir das vorgestellt. Ich meine, immerhin mal eben so drei Legierungen eingesammelt. Das war die Idee. Das ist ja gar nicht übel. Ähm. Jetzt fehlt hier das Alu. Aber das werden wir schon nach und nach rausbekommen. Das ist okay. So. Dann würde ich sagen. Mal gucken, wie das wieder mit den Raketen ist. Ähm. Die Grundwerte bei Druck und, ähm. Bei Druck und Wärme sind natürlich viel höher. Aber insofern würde sich jetzt, glaube ich, da selbst die vierte Rakete, äh, die fünfte, vier habe ich ja schon, oder nein, 10, 20, 30, 40. Hm. Naja, gut. Aber auf der anderen Seite. Hm. Biomasse, die zweite. Ach, das braucht auch wieder einen Dünger. Ja, aber einen Dünger kann ich bauen. Lass uns mal ruhig hier nochmal einmal Uran einsammeln. Äh, das, ne, Wärmepublikator, den wollte ich. Luftdruck ist mir einfach wirklich das Wichtigste. Ich habe ja jetzt hier zwei davon. Eine, eine Legierung wird noch in die Rakete gehen. Drei habe ich ja gerade zusammengebaut. Ja, das machen wir mal. Wir schicken hier mal eine rauf. Das wird dann zwar langsam etwas komplex hier, so im, äh, Kopf zu behalten, wie viele Raketen jetzt schon oben sind. Aber genau genommen ist das vielleicht nur auch nicht das Allerwichtigste auf der Welt. Ähm, es lohnt dann doch schon. So viel ist sicher. Äh, zumindest mal bis so in die Größenordnung. Zehn bis zwölf Raketen. Das wird zwar immer weniger, aber ich habe vorhin gesagt, ich glaube, die nächste Rakete bringt mir so 33 Prozent oder sowas zusätzlich. Und gut, das wird immer weniger, dann wahrscheinlich 25 und 20 und all solche Dinge. Aber das ist ja eigentlich alles noch in Ordnung. Wenn man mal ehrlich ist, äh, du hier. Ja, na gut, die eine kann ich jetzt nur. Ansonsten fehlen mir hier doch die Sachen. Silizium 1, 2, 3. Ähm, ansonsten fehlt die Legierung. Also noch eine Wärmerakete auch gleich. Das wird nicht gehen. Wir haben den hier. Ähm, dann habe ich den, die zwei und das. Ja, alles klar. Dann machen wir das mal. Dann machen wir gleich auch mal wieder Oranium einzusammeln. Mal gucken, ob die Rakete jetzt ordentlich losfliegt. Oder ob wir hier immer noch... Wie steht ja denn hier drauf? Ob das immer noch ist. Es scheint vielleicht immer noch ein bisschen zu stören. So vernünftig hochgeflogen ist die letztes Mal eigentlich auch nicht. Ähm. Ich baue bei oben mal nochmal um. Vielleicht kriege ich das besser hin. Ähm. Das ist jetzt zwar am Ende, würde ich sagen, auch wenn die immer doof geflogen sind, so waren sie von der Wirkung doch vollkommen in Ordnung und auch sauber. Ähm. Was definitiv das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist. Aber, naja. Kann man das ja trotzdem versuchen. So habe ich es, glaube ich, das letzte Mal gebaut und dann kommt das so aus. Alles klar. Dann würde ich jetzt mal versuchen, das zu drehen. Ähm. Habe ich einmal gedreht und jetzt sind wir hier. Das war die Idee. Jo. Also jetzt sind wir bei der Plattform wirklich weit genug weg. Da sollte nichts mehr passieren, dass die Rakete irgendwo beeinflusst wird. Zumindest mal nicht von meinem Biolabor. Boah. Ja. Alles klar. So. Auf aufs Türmchen. Rakete gesetzt. Boah. Boah. Es ist ja wirklich also von der Größe, wenn man das mal so T1, T2, T3. Man kann es ja ahnen, ähm, wie die Radien so sind, so in etwa. Ist ja auch schon der Hammer. Die T1 kann ich wahrscheinlich auch weghauen. Das ist ein Hammer, aber na gut. Das tut jetzt auch nicht wirklich weh. So. Na denn. Auf geht's. Mal gucken. Ach so, jetzt gucke ich gar nicht. Liegt sie denn vernünftig los hier? Ah, super. Ja, ich dussel. Meine Güte. Jetzt mache ich so einen Haufen Aufwand, damit die vernünftig hochfliegt. Dann gucke ich es mir nicht mal richtig an. Aber gut. So. Ich wollte gerade mal schauen. Hier hätte man das, glaube ich, auch verfolgen können. Ich wollte mal schauen, ob man hier irgendwo sieht. Da oben sieht man da, interessant. Ne, der fliegt noch runter, wo es einschlägt. Okay. Okay. Ja, sieht man super. Okay. Das ist beim Aluminiumfeld. Der eine ging in den See rein. Kann man das hier auch mal gut verfolgen. Eigentlich ist das viel besser, als wenn ich draußen gucke. Also, der hat es hier eingeschlagen. Und hier noch einer. Manchmal haben wir so direkt auch noch einen Dau. Im Labyrinth. Na gut. Das ist jetzt doof. Da werde ich, glaube ich, nicht hingehen. Da verlaufe ich mich nur. Da ist noch eine im See. Und eine dritte im See. Das heißt, wir haben drei im See. Zwei bei Aluminium. Und wo geht der? Ach, das ist ja Wahnsinn. Wo ist der jetzt eingeschlagen? Hier irgendwo. Das ist schon die achte im See. Also insgesamt der achte. Vier im See. Dann haben wir hier zwei. Und hier war, glaube ich, auch irgendwo was. Und dann war hier und hier. Das waren acht Meteoriten. Mensch. Ist ja klasse. So. Na dann. Gehen wir erst mal baden, oder? Vier Meteoriten müssten hier drin sein. Wollen wir mal sehen, ob hier die jetzt auch alle so frei sind, wie es beim letzten Mal ja eigentlich war. Aber wenn man hier so guckt, das ist schon offensichtlich. Auch im Wasser sind die am Anfang erst mal. Das Iridium auch stimmt. Ja, ja, klar. Ist ja richtig. Kein Uran. War ja die rote. Die liegen ja doch ganz gut frei hier. Aber das ist vielleicht einfach nur Glück. Naja. Aber ja, da kann ich nicht hopsen. Ist aber schlecht. Naja, gut am Wasser ist das jetzt nicht wirklich völlig unerwartet. Es ist halt nur schwierig, denn über die Dinger drüber wegzukommen. Als ich vorhin ja die Sachen im See abgesammelt habe, was heißt vorhin, letzte Folge, da war im Wasser ja nur noch die Erträge. Ja, da waren die Dinger schon, die spawnt, die großen Klotzer. So. Naja. Viel zu sehen ist ja nicht. Kommt wirklich, wird wirklich auch erst wirklich richtig gut sein, auch unter Wasser. Wenn eben die großen Klumpen vom Meteorit, die Steine weg sind. Aber na gut, wollen wir mal sehen. Ich glaube, das hoffe mal, das wird dann auch zeitnah sein. Dann können wir hier nochmal eine zweite Runde durchs Wasser drehen. So. Haben wir hier noch Dinge. Sehen wir mal irgendwo was. Nö. Es ist wieder dunkel, nur stelle ich gerade fest. Aber eigentlich ist das ja zum Absammeln im Prinzip gar nicht übel. Na gut. Gut, gut. Wie viel haben wir denn hier? Na ja, so doll. 1, 2, 10, 15, glaube ich. Naja. Da ist wohl noch viel in den Klumpen versteckt. Oder unter Klumpen. Dann lass uns da mal rausgehen. Da will ich hin. Und dann gehen wir mal zu Aluminium. Und dem Teil im Norden. Tja. Ob ich es auch mal da im Labyrinth versuche. Ich weiß nicht so recht. Gut, das ist ja kein Aufwand. Kann ja mal gucken. Zumindest mal so einfach den Canyon durchfliegen. Und wenn es denn jetzt gleich hell wird, würde ich das auf jeden Fall machen wollen. Zehn Stück habe ich gesagt. Das reicht auf jeden Fall, um Stab zusammenzubauen. Ne, das ist Uran. Uran haben wir nicht. Das sind 6. 1, 2, 3. Gut. Gut. Reicht mir. Mal gucken, ob wir die Dinger hier finden. Die zwei. Ja, das dürfte die eine Stelle gewesen sein. Ich glaube, das andere war weiter noch im Norden. Irgendwas unter Wasser. Ich habe auf Anhieb aber gar kein Rot gesehen. Nichts. Nicht das kleinste Fitzgerald. Das ist ja wieder hier alles versteckt. Das ist aber gemein. Nicht ein einziger. Ist das echt ein Ernst hier? Das ist ja unglaublich. Nicht ein einziger. Aber wirklich nicht. Naja. Tja. So ist es denn eben. Nicht zu ändern. Und hier ist auch nichts zu sehen. Da. Ach. Die sind alle hier runtergekullert. Na ja. Denn. Alle vielleicht auch nicht. Aber zumindest mal der ein oder andere. Da sehe ich hier was drunter. Da komme ich aber gerade erstmal nicht ran. Ne. Na gut. Na gut. Na gut. Wird gehen. Später. Dann schauen wir mal, ob wir die andere Stelle auch noch finden. Das war eher im See, oder? Ne. Hier ist nichts. Blubber. Blubber. Hier vielleicht. Da so. Nö. Hm. Sieht nicht unbedingt wie ein Meteoriteneinschlag aus. Ja. Das. Das war da, wo ich eben geschaut hatte. Hm. Aber da war doch hier Richtung. Aluminiumseite noch eine zweite. Hm. Ja. Hier ist aber auch erstmal nischt. War vielleicht irgendwo mitten im Aluminium. So genau. Oder die zwei waren fast aufeinander. Aber auf Anhieb ist erstmal gar nichts weiter zu sehen. Dann tanken wir gerade erstmal etwas Luft. So. Das waren jetzt drei Stück. Na gut. Die lagen alle da drunter. Da habe ich ja gesehen. Hm. Wenn ich mir die Verteilung angucke. Da hinten welche. Und hier. Könnte schon sein, dass der eine so in dem Bereich war. Und der zweite hier. Ähm. Ja, da ist auch noch was Rotes. So. Aber. Das ist gerade so in der Nähe von der Wasseroberfläche. Da kommt man wieder nicht rein. Hm. Das ist ja fies. Und hier sind alles die Klumpen. Na gut. Hilft nix. Müssen wir warten. Kann man nicht abtragen. Ich glaube, beschleunigen kann man das auch nicht wirklich. Da hinten sehe ich noch was Rotes. Das hoffentlich. Oh, das ist wieder jetzt. Bin ich hier. Na komm. Da müsste ich hier auch noch an. Oh, es sind schon noch ein paar. Jetzt kommt. Vielleicht ist inzwischen auch der eine oder andere Stein hier weg. Die Sichtrichtung ist sicherlich auch immer nicht so ganz unwichtig. So. Wo war das jetzt hier? Was ich da gesehen hatte? Hm. Weiß nicht mehr. Hier ist erstmal nichts zu sehen. Da. Ich denke, der war das. Von oben wird es gehen. Denke ich doch. Na klar. Naja. Naja. So nach und nach. Da braucht man offensichtlich auch eine Menge Geduld. Hilft ja nichts. Es fällt halt vom Himmel und verteilt sich in der Welt. Ich, ich eben nicht so wie bei den Extraktoren. Dafür kommt echt gut was rüber. Weil nach wie vor, wenn ich bedenke, was ich da so rein tue, finde ich schon stark, was die Meteoriten so bringen. Das ist ja alles von einer Rakete. Gut. Also. Kurz mal Luft getankt. Essen können wir auch wieder was. Nahrung brauchen wir noch keine wieder. Gucke ich noch mal ins Wasser. Und ansonsten war ja da, glaube ich, auch bei dem Frachter, wo ich zuerst mal gewesen, zuerst gewesen bin. Hier irgendwo in dem Bereich. Ich glaube, da war auch was runtergekommen. Gucken wir mal da hin. Ich glaube, da hinten, das sieht so aus wie ein Haufen Meteoriten-Trümmer. Ja, und da blinkt es auch schon rot. Wunderbar. Dann werden wir auch wieder noch ein bisschen was bekommen. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen auf jeden Fall. Die großen Knubbel hängen auch alle noch hier. Da komme ich ja wieder her. So. Naja. Komme ich hier rein? Ja. So rum geht es. Gut. Hier noch einer. Das waren schon fünf aus dem hier. Da hatte sich einer hier versteckt. Aber schon bei sechs. Ansonsten kann ich gerade nichts hier. Ah, da verschwand wieder hier. Die sind gerade am Verschwinden, die Trümmer. Einen habe ich gerade beobachten können, wie er weggegangen ist. Gut, denn mal wieder nochmal zum Sehen, wie es da aussieht. Hier ist immer noch relativ leer. Aber wenn ich, bevor ich da auf Tauchtour gehe, macht es ohnehin Sinn. Oh, Zeit. Naja. Kann sich hier schon echt gut beschäftigen. Aber das will ich jetzt trotzdem mal noch machen. Ich werde noch eine Tauchtour durch den See drehen. Wenn ich auslogge, die spawnen die Dinger, glaube ich. Und das will ich jetzt doch nicht. Ich gucke mal nochmal hin. In der Hoffnung, dass vielleicht auch ein bisschen was weggegangen ist von den Trümmern. Allerdings, guck mal hier. Ich glaube, da verschwand gerade einer so ein bisschen. Aber im Wesentlichen sind die schon noch da. Zumindest kann man auf Anhieb nichts Neues sehen. Also kein rotes Licht. Wollen wir hier mal noch gucken. Ein bisschen hatte ich ja aus dem See schon rausgeholt. Ah ja, aber hier ist noch was. Hier war noch rot. Ich habe es gesehen. Komm raus. Ja, den hatte ich, glaube ich, schon im Anflug erblickt. Etwas höher. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist Trümmerlandschaft. Da war auch was. Aber ich war nichts Neues in rot, würde ich sagen. Na gut. War jetzt nicht wirklich gewaltig, was hier auf der Tauchtour noch kam. Kann man echt nicht sagen. Aber naja. Wir freuen uns ja auch über Kleinigkeiten. Ach, die Musik ist auch schön. So. Ach, guck mal. Rund um meinen ehemaligen Abwurfpunkt. Da war ich vorhin noch gar nicht. Gut, wir trinken mal. Noch einer. Komm ich gar nicht rauf hier. Ich höre so mit den... Ich versuche immer Space mit springen, aber... Es ist... Es geht ja nicht. Na gut. Es ist doch immer noch mehr, als man denkt. Mal weiter hier im See verteilt, als ich das dachte. So, aber jetzt müssen wir sowieso zurück. Die Luft ist gleich verbraucht. Okay. Da muss ich hin. Beeil dich. Komm. Naja gut, sonst haben wir immer noch den Sauerstofftank im Rucksack. Aber auf der anderen Seite würde ich auch gerne heim. Um es denn hier mal für den Moment wieder beenden zu können. Und ich denke, das bekomme ich auch hin. So weit sollte das schon gehen. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass da hinten noch Dinge rumliegen. Beim Aluminium, aber naja, ist schon in Ordnung. Ich glaube, drei Iriumstäbe habe ich insgesamt wieder aufgesammelt. Und wir denken, dass ich ja einen eingesetzt habe. Klar, auch ein bisschen Legierung und Uran. Aber es war ja alles nicht so viel genau genommen. Ist das, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Ich glaube, am Anfang der Folge waren wir so etwa bei 120 MTI. Jetzt sind es 190. Das hat sich, glaube ich, auch gut verbessert. Es ist schon in Ordnung, würde ich meinen. Tja, dann wieder vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge.